und damit herzlich willkommen zurück zum let's play life is strange mit mir cloud von delivery lp und in der letzten folge haben wir chloe eine kostprobe unserer kräfte gegeben und dann hat sie uns zum austesten dieser kräfte hierher bestellt beziehungsweise mit uns hierhin gefahren gegangen wie auch immer wir haben uns hier auf das boot auf einen stuhl gesetzt wo max noch ein bisschen was erzählt hat und wir stehen jetzt mal wieder auf und suchen die nächsten drei flaschen die chloe wegballern möchte und warren schreibt gerade eine sms was ich nicht gut finde denn wir sind eigentlich mit ihm verabredet ob da sind die neuen ok ob die auf leuchten wir werden sowas von durchdringen going on ape bist du die kniebeck sind 200 kilometer also sollten wir hier um fünf los ich fahre scheiße ja mit deiner neuen karre wir müssen noch proviant fürs autokine besorgen vielleicht können wir erst noch irgendwo irgendwo essen oder wie auch immer egal go ape zu spät okay wir haben anscheinend noch früh genug football der ist ja in blackwell allgemein mehr gegenwärtig aber ich möchte immer noch das foto schießen das ich machen muss das ich machen muss ja mit chloe reden war so weit war ah ich hab's gefunden glaube ich da sind 142 dran so eigentlich darf ich ein foto machen vielleicht muss ich aus einer anderen perspektive no way i totally remember going there when i was a kid i love the hush puppies now the sign is just arcadia bay junk foto bingo sehr schön das freut mich ein bisschen mal wieder so das nächste wäre ein renntier äh renntier ein reh eine silhouette vor einem fenster ein schuss oder eine waffe die nach oben gerichtet ist und ein glas was man zum chemiekram benutzt so jetzt können wir noch die flaschen sammeln kaputt die flasche wie weinten wir immer dann geht jetzt wieder kaputt oder die flasche nehmen sehr schön ja womit das äh gesagt wäre so sad to look at a grounded boat i wonder who owned that and where they are now so wir müssen noch zwei flaschen finden woanders ich wundere wie viele generatoren der klinge durch diese seltenmaschine da haben wir noch eine die nehmen wir auch noch damit fehlt uns nur noch einer sie sollte ja auch auf in pues ein eigentlich oder Kate Oh, ich hab's verfürchtet. Okay, ähm, Max, vielen Dank für deinen tollen Vorschlag zur Polizei zu gehen und ihnen alles über Nathan zu erzählen. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du zu mir stehst. Stärkt mein Glauben. XO, XO, XO. Kate, ich bin auf deiner Seite. Bitte erwähl mich nicht zu oft, wenn's geht. Ich steck hier schon in Schwierigkeiten. Und entschuldige die Störung heute Morgen. Du warst bestimmt zu beschäftigt, um dran zu gehen. Ich hatte nur einen heftigen Nervenzusammenbruch. Einen heftigen Zusammenbruch braucht jemanden. Unrecht fängt an, was los. Ich hab sowas befürchtet eigentlich, dass sie uns einfach gebraucht hätte. Das nagt natürlich auch in dem Vertrauen. Kann ich den rewinden? Ist ja witzig. Äh, hab ich denn jetzt die Bierflasche noch? Ich wollte nur testen, ob ich das... Ah. Ah. Ah, toll. Oh, jetzt hab ich die Bierflasche nicht mehr. Ah, toll. Mensch. Nee, die hab ich noch. Welche fehlen mir denn jetzt? Oh, shit. Ach nee, Moment. Nee, die hab ich noch. Stimmt. Ich hatte ja fünf. Äh, vier. Dann fehlt mir nur noch eine immer noch. Die ich natürlich erstmal finden muss. Spritzen. Von mir grad schon mal gesehen. Oh, Mähle reichen, nur die vier Flaschen zu kaputt schießen. Hm. Ist das Auto. Jetzt wird schon ne Flasche im... Nee. Nope, ich will nicht da gehen. Okay, dann bleiben wir hier. Da haben wir wieder den Zug. Nein, ich will nicht da gehen. Das ist das schrecklichste Ding hier. Ich will nicht da gehen. Oh, ich will nur gucken, ob da eine Flasche liegt, verdammt. Ich weiß, da ist ein Bierflasche, wo die Leute hier partytieren. Und da ist auch noch eine Bierflasche. Und da ist auch noch ein Bierflasche. Und da ist auch noch ein Bierflasche. Und da ist auch noch ein Bierflasche. So, wir haben alle Flaschen. Damit können wir jetzt dann zu Chloe rennen. Und da ist auch noch ein Bierflasche. Und da ist auch noch ein Bierflasche. Ach Gott, ich muss schießen. Und da ist auch noch ein Bierflaschen. Rechts. Rechts. ein bisschen nach oben. ein bisschen nach oben. Oh Mann. Ah, komm. Mirsam. Wo ist es ein Bierflaschen? Mach's. Woh. Ah, Mist. Woh. 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 Satisfied? Like, nie? Also ich will noch einen uber coolen Trickshot. Wie soll ich jetzt diesen Junker für einen Target nutzen? Mann, ich brauche einen Target bevor ich schreie. Komm nach der leften Tyre. Adios, der Ruhige Ruhige. Das ist ein super-Hero. Über cool. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich ist. Mein Lieber ist ein super-Hero! Jetzt ist dein Geist zu fangen. Ich weiß nicht. Max, deine Nose! Verdammt. Ich fühle mich nicht so super- Max! Oh! Jemand schliess mich, wie du schon hast. Es scheint, als würden die Kräfte auch an Max zerren. Du hast mich alleine angeschrien. Hast du mich jetzt besser? Ein bisschen. Danke, danke für mich zu helfen. Nur, gib mir einen Moment. Zu viel Aktion für Arcadia? Vielleicht nicht genug. Das ist ein bisschen Spaß. Spannend und dumm, aber Spaß. Lass mich wissen, wann du dich fühlst. Oh Gott, diese Macht wirklich mit meinem Kopf verletzt. Oh Gott, ich fühle mich wieder normal. Ich hätte besser gehackt, Chloe. Ich weiß nicht, wo noch ein Foto finde. Weil wir haben hier auf jeden Fall noch das Reh. Moment mal. Okay. Wir haben zwei Fotos verpasst. Das Reh und diese Leute. Oder haben wir nur eins verpasst, das Reh? Das würde mir gar nicht gefallen, muss ich sagen. Wir schauen uns hier immer noch ein bisschen um, weil wir sind ja immer noch in dem Gebiet. Wow, Sir. Das sieht genau wie das gleiche Dough aus meiner Tornado-Vision. Okay, Glück gehabt. Komm her, ich will nur ein Foto. Ich will nur ein Foto. Sehr schön. Gut, dann haben wir auch das. Aber da ist kein Reh auf dem Foto. Dann haben wir noch diese Leute vorm Fenster. Und die Flaschen. Aber ich denke mal, die sind nicht beide hier. Würde mich zumindest wundern. Wir reden jetzt mal mit Chloe. Oh. Bonnie und Clyde. Entschuldigung, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend. And it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Oh, man. Oh, man. Ich ahne, worauf's denn ausläuft. Oh, man. Please, step back. You're kidding. Put that down. Ach, du scheiße. Ich i guess. Diese ist doch lieber evtl. Vielen Dank. Ich grilde. Ich liebe dich. Und du sch惹st nicht mehr. Ich araber定 per Minute. потому wir schießen keine Ehre. Komm Philadelphia. Ah, du bist Grilde. Ich werde das Interesse auf Ihren Geld beteiligen. Danke. Du hast bis Freitag, oder ich werde dich mit diesem Interesse beteiligen. Have a good play, Kinder. Du hast wirklich aufgerissen. Ich freute mich. Ich mag nicht guns. Es wird schwer, Nathan zu machen. Ich weiß nicht, dass ich meine Barsche in der anderen Barsche sein werde. Entschuldigung, Chloe. Ich habe noch nie eine Barsche auf einen Menschen, bevor. Nicht cool. Ich weiß, Max. Wirklich. Ich bin wirklich glücklich, dass es so funktioniert. Und es gibt noch mehr Barsche. Los geht's. Barsche. Mein secret Lair fühlte heute nicht secret. Zumindest Frank ist weg. Er wird nicht mit uns wieder. Er will nur sein Geld. Oh Mann. Frank nahm Chloe's Hand wegen mir. Naja, aber... Darf bist du nicht zu... Mörderin geworden. Warum hat Frank Rachels Bracelet... Das wiederum ist eine gute Frage. Wir müssen darüber reden, aber... Ich füge jetzt. Wenn ich höre, wo Chloe ist... Wahrscheinlich an ihrem Wagen. Chloe ist wartet um einen Weg zu gehen. Wir brauchen beide einen Zeitraum von hier. Ich kann es nicht glauben, dass du ihm meine Schnauhe gegeben hast. Hier geht's, Frank. Du kannst mich nicht immer schmerzen, besonders für eine dumme Schmerzen. Ich bin nicht schmerzen. Das ergibt sich in meine Gedanken, die Leute mich zu lassen. Und ich habe einfach diese Schnauhe gegeben, Mann. Jetzt hast du mich um dich zu schützen. Ich bin nur glücklich, dass du hier bist. Ich auch. Ich denke. Chloe... Warum bist du mit einem Schmerzen, Schmerzen wie Frank? Es ist lustig. Lass uns eine Pause und ich spreche. Es fühlt sich wie eine andere Welt, oder? Ich wünsche, dass wir für immer bleiben können. Kannst du eine andere Pirate-Fort und... ...zauberen die Welt? Wir brauchen ein neues Schmerz-Hang-Out. Aber... ...at least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Wir brauchen ein neues Schmerz-Hang-Out. Ich bin immer noch gegründet, was passiert. Das war schrecklich, Chloe. Ich bin entschuldig. Aber Frank ist nicht so schwer, wie er sich befindet. All er sich interessiert, ist sein Geld, Stache und ein mangerer Kugel. Chloe? Bist du wirklich? Frank hat einfach deine Schmerzen genommen und uns beschädigt. Er ist schmerzt und sicherlich gefährlich. Max, ich weiß. Der Wahre ist die neue Normale für mich. Das ist deshalb, dass ich auf die Arcadia Bay verlassen habe, ohne Frank zu bezahlen. Jetzt, erzähl mir genau was passiert zwischen dir und Frank. Er hat ein letzte Name? Frank Bowers. Obviamente nicht meine Schmerzen von dir, oder? Insofern, Frank und ich ziemlich hung aus. Was? Wir haben? Wir haben? Wir haben... Wir haben... Wir haben nicht... Wir haben keine Sex. Das ist gross, Mann. Er hat niemals versucht. Ich habe nur den Fehler gemacht, um Geld zu holen, um Rachel und ich auszuhalten. Das ist das? Nein. Ich will wissen, wie Frank hat Rachel's Bracelet. Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Ich denke, wir müssen uns auf die Leute beachten, und wir schauen uns. Und ohne ihn uns aufzuhalten. Es ist so weird, mit Ihnen zu reden, über diese verrückte Sachen. Wir haben nicht so lange gewusst, seitdem wir zwei waren. Und es ist wie, dass wir keine Zeit langs sind. Ich wünsche mich, dass Rachel hier zu treffen. Ich wünsche dir, dass Rachel hier zu treffen. Warum? Warum? Ich glaube, sie würde mich lieben. Du bist nicht so unterschiedlich. Sie hat... hat ein tolles Gesicht für Bilder und für Kunst. Plus, sie ist ein smartass, wie du. Wir würden alle hella besten Freunde für immer. Ich weiß, dass sie so cool ist wie du bist. Ich habe keine Angst, dass wir bald treffen. Railroad tracks immer machen mich besser. Ich habe keine Ahnung warum. Kerouac knew. Es ist die Romance des Flughafen und Bewegung. Die Sonne der Train-Wistle. Ich habe die Beat-Poet hier gesehen. Ich würde lieber ein guter Fotografer sein. Du bist. Du musst einfach nicht sein, dass du Angst hast. Perfect. Du bist. oh shit what's that noise the train oh shit find something he will ziehen geht nicht öffnen ansehen oh gosh ja wo soll ich denn hier was da war was da was da war ich sterbe nehmen ich kann definitiv diesen schlechten Mann oh Gott Max, komm hier raus hier kann ich dir damit raushelfen bitte 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 ich muss hier weinen ein wenig du gehst noch ein bisschen zurück mein Freund ich brauche irgendwas um das Ding durchzuschneiden aber du hast eine Brechstangenpferle aber du hast eine Brechstangenpferle äh brechstange ah score so heute im Winter was haben wir hier Schubladen öffnen leer Schublade öffnen seitenschneider nehm jetzt kann ich einen totalen MacGyver zuerst du hast den und Lucy der 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 D Was passiert jetzt? Rechtsstammeln, nehmen wir noch mal. Ich kann es nicht mit dieser Krollbar, wirklich? Ich kann es nicht mehr einen Insch nehmen. Wir versuchen den roten. Bingo. Und ziehen. Holy moly. Das ist okay, wir werden. Für mich. Das war's. 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 Wir werden... Forever.